In diesem Teil meines Crash-Kurses möchte ich mich mit einem der meist gewünschten Features für Microsoft Teams beschäftigen, und zwar den Breakout-Rooms oder Gruppenräumen. Die Breakout-Rooms ermöglichen es dir, aus einer Hauptbesprechung deine Schülerinnen und Schüler in Gruppenarbeitsräume zu schicken. Das bedeutet, wenn du beispielsweise 20 Schülerinnen und Schüler unterrichtest, kannst du diese dann auf mehrere Räume aufteilen. So ist es dir möglich, auch im virtuellen Raum ungestört Gruppenarbeiten zu realisieren. Um nun so eine Breakout-Session starten zu können, befinde ich mich in meinem Schulungsteam-Crash-Kurs. Rechts oben starte ich nun die Besprechung. Ich gelange nun hier auch zur neuen Ansicht für die Besprechungseinstellungen. Ich kann diese Besprechung umbenennen. Wir beschäftigen uns heute beispielsweise mit der Bruchrechnung. Dann kann ich hier meine Kameraeinstellungen treffen, aktivieren, deaktivieren, auch die Hintergrundfilter und hier im rechten Bereich meine Audioeinstellungen. Sind alle Einstellungen getroffen, kann ich auf Jetzt teilnehmen klicken. Hier auf der rechten Seite sehe ich nun, dass auch meine beiden anderen Besprechungsteilnehmer bereits anwesend sind, mein Testschüler und mein Test-User. Bis jetzt ist es noch eine ganz normale Besprechung. In der oberen Leiste rechts kann ich nun mit diesem Symbol die Gruppenräume starten. Ich kann zuerst festlegen, wie viele Räume benötige ich. Bei der Anzahl der Räume kann man, wie du hier siehst, bis 50 Räume anlegen. Ich wähle hier einmal zwei Räume. Dann kann ich noch auswählen, ob ich meine zwei Personen automatisch den zwei Räumen zuweisen möchte, also pro Raum eine Person, oder ob ich das Ganze manuell machen möchte. Ich wähle hier manuell. Mit einem Klick auf Räume erstellen, werden nun die Breakout-Räume erstellt. Im Moment befinden wir uns, wie gesagt, noch alle in der Hauptbesprechung. Also habe ich hier bei Teilnehmerzuweisen noch die Möglichkeit, meinen Testschüler und meinen Test-User den Räumen zuzuordnen. Darunter siehst du nun die beiden erstellten Räume. Room 1 ist noch leer, also 0 Personen, und Room 2 ist ebenfalls leer, auch mit 0 Personen. Mit einem Klick auf das Drei-Punkte-Menü neben dem jeweiligen Raum kann ich den Raum nun auch umbenennen. Zum Beispiel Einstieg, Bruchrechnung. Und den zweiten Raum, den benenne ich jetzt auch um. Und zwar ist das die Addition von Brüchen. Mit einem weiteren Klick auf das Drei-Punkte-Menü könntest du die Räume auch löschen. Benötigst du nun noch mehr Räume, also wenn du mit zwei Räumen nicht das Auslangen findest, klickst du einfach auf Raum hinzufügen und es wird ein neuer Raum 3 erstellt. Umbenennen. Das ist jetzt für die Multiplikation von Brüchen. Sind deine Räume nun vorbereitet, kannst du nun deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuweisen. Dazu klickst du auf Teilnehmer zuweisen, wählst den Teilnehmer aus, zuweisen und dann beispielsweise in den Raum Einstieg Bruchrechnung. Meinen Test-User weise ich nun in den Raum Addition von Brüchen zu. Du siehst hier nun unter Einstieg Bruchrechnung ist der Test-Schüler zugeordnet und der Addition von Brüchen ist der Test-User zugeordnet. Neben den Räumen siehst du nun in Grau, dass die Räume noch geschlossen sind. Das bedeutet, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer befinden sich noch im Hauptraum. Möchte ich nun diese Breakout-Session starten, klicke ich auf den Button Räume starten und die Räume, in denen Personen zugeordnet sind, werden nun gestartet. Im Videokonferenz-Fenster deiner Schülerinnen und Schüler ist nun am oberen Rand eine Meldung zu sehen, die Gruppenraum-Sitzung hat begonnen, sie werden in 10 Sekunden automatisch zugeordnet. Meine Schülerinnen und Schüler wurden nun also automatisch den jeweiligen Räumen zugeordnet und ich befinde mich nun alleine in der Hauptbesprechung. Damit ich nun auch in den jeweiligen Gruppenräumen aktiv mitarbeiten oder helfen kann, klicke ich einfach auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Raum und neben den Optionen Raum umbenennen und Raum schließen, habe ich nun auch die Möglichkeit, den Raum zu betreten. Mit einem Klick auf Raum betreten, befinde ich mich nun in diesem Raum und kann nun meinem Testschüler oder den anderen Personen, die normalerweise auch den Räumen zugeordnet sind, helfen. Möchte ich diesen Raum wieder verlassen, klicke ich auf Verlassen und lande nun auch wieder in meiner Hauptansicht. Wenn sich diese Gruppenarbeitsphase nun dem Ende nähert, möchtest du vielleicht deinen Schülerinnen und Schülern noch ein Zeitfenster geben, bis wann die Gruppenarbeit abgeschlossen sein soll. Das kannst du über das Drei-Punkte-Menü neben der Überschrift Gruppenräume machen. Hier ist es nämlich möglich, eine Ankündigung zu machen. In fünf Minuten soll die Arbeitsphase beendet sein. Und diese Ankündigung schicke ich nun automatisch an die Chats in den jeweiligen Gruppenräumen. Möchte ich nun diese Arbeitsphase beenden, klicke ich auf Räume schließen und meine Schülerinnen und Schüler bekommen wieder eine automatische Meldung. Dieser Raum wird in zehn Sekunden geschlossen. Sie werden automatisch zur Hauptbesprechung zurückverschoben. Am rechten Rand siehst du nun wieder, die Breakout-Räume sind wieder geschlossen und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer befinden sich nun wieder in meiner Hauptbesprechung. Du kannst nun die Breakout-Session noch einmal starten, da die Teilnehmerzuweisung gespeichert bleibt oder du kannst auch mit einem Klick auf einen Raum den Testschüler beispielsweise nehmen, klickst auf Zuweisen und weist ihn nun dem Raum Multiplikation von Brüchen zu und der Test-User hatte beispielsweise Probleme beim Addieren, den verschiebe ich noch einmal zurück zum Einstieg in die Bruchrechnung. Habe ich diese Zuordnung wieder getroffen, müsste ich nur mehr auf Räume starten klicken und die nächste Gruppenarbeitsphase könnte beginnen. Möchte ich diese Besprechung nun für alle beenden, klicke ich rechts oben auf den Dropdown-File, auf Besprechung beenden und damit beenden sie die Besprechung für alle Teilnehmer, beende meine Breakout-Session. Wechselst du nun in Teams in dem Menüpunkt Chat, siehst du nun ganz oben hier den Chatverlauf aus dem Gruppenraum Einstieg Bruchrechnung, in 5 Minuten soll die Arbeitsphase beendet sein und auch aus dem Gruppenraum Addition von Brüchen, ebenfalls mit der 5-Minuten-Ankündigung für die Beendigung der Arbeitsphase. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem kurzen Video einen Überblick geben, wie die Breakout-Rooms funktionieren und ich hoffe, du kannst deinen Unterricht mit Breakout-Rooms nun bereichern und auch online Gruppenarbeitsphasen durchführen.